Seit vielen Jahren ist RAYER IMO bei IMAX IMO Partners erfolgreich in der Immobilienvermittlung tätig. Das auch dank höchstfriedener Kunden, die uns immer wieder weiterempfehlen. Wir haben bei diesen Kunden nachgefragt, was uns auszeichnet und warum sie auch heute wieder ihre Immobilien über uns verkaufen würden. Roger Federer, darum haben sie sich für uns entschieden. Thomas und Fabian Breyer sind gerade in der Immobilienbranche und die mehrfachen Grand Slam Champions in der Immobilienvermittlung. Der Service für diese beiden wäre im Tennis schlicht und einfach ein Ass. Auch Hans-Peter Latour hat seine Regenschaft über uns verkauft. Hans-Peter Latour, mit was vergleichen Sie unsere Arbeit? Er hat den Hausverkauf sehr mit dem Fussball vergleichbar. Über die ganzen Spiele sie gesehen sehr abgelehrt, sehr diszipliniert, sehr engagiertes Auftreten auf dem Platz. Und auch die Suche vom neuen Eigentümer hat einen unwesentlich länger als ein Fussballmatch als 90 Minuten gedauert. Thomas Bucheli, zufrieden mit den Toten? Sind Sie bei gutem Wetter gemacht worden? Sehr geehrte Damen und Herren, trotz doch eher milderen Temperaturen und vereinzelter Gewürge sind es herrliche und ansprechende Drohnen von der Neue geworden. Wieso uns die Drohle Schmerzen weiter empfiehlt, hören Sie direkt von ihm. Liebe Konsumentinnen und Konsumenten, ja trotz einer festen Hypothek zu 10% und einer Laufzeit von 15 Jahren haben sie es geschafft, diese Schwarten zu verkaufen. Uns beauftragt hat auch Kurt Eschbacher. Mit was haben wir Siebebezügt, Herr Eschbacher? Ja, meine lieben, die beiden, zwei unglaublich sympathische und charmante Herren. Ja, das sage ich nur. Die Reiner Immobilienvermittler muss man nicht nur aus Langewilie anstellen. Ein Basi ist etwas ganz besonderes in Erinnerung geblieben. Was denn Basi? Na ja, für mich ist es klar, der Rapper auch gesehen. Ja, der meint, sehr gute Weisse haben serviert. Und Ende Jahr haben sie mir noch mal eine Flasche Rote vorbeigebracht. Ich meine, was willst du noch mehr? Hey! Und warum der Herr Fischer seine Bettwarenfabrik über uns verkaufen lässt, gehören Sie direkt von ihm. Grüezi! Mein Name ist Fischer von der Fischer Bettwarenfabrik, auch wenn es will an Zürich sein. Sie vermittelt für uns wegen ihren Top-Qualitäten und Sie verkaufen sofort unsere Fabrik. Sie bietet kostenlose Schätzungen für alle zwischen 1,60m und 2,10m. Sie müssen nicht schweizweit bekannt sein, um Ihre Immobilien über uns zu verkaufen. Die Türen sind für Sie immer offen. Wir freuen uns auf Sie. Ich bin das Vater-Sohn-Team, Thomas und Fabian Dreyer.